Kate enthält Plottwists, die irre überraschend sein werden für alle, die noch nie einen Film gesehen haben, tobt sich auf bisweilen mehr als grenzwertige Weise in Stereotypen aus und ergibt am Ende des Tages immer weniger Sinn, je mehr ich darüber nachdenke. Das ist die eine Wahrheit. Die andere ist, dass ich nach zehn Minuten voll involviert war in den Spökes und Kate als einen der kompromisslosesten, ich traue mich kaum zu sagen, besten Indie-Action-Filme der letzten Jahre feierte. Das liegt zu einem großen Teil natürlich an Mary Elizabeth Winstead, die sich mit voller emotionaler wie physischer Wucht in den Crank-ohne-Porn-Plot reinwirft und als sterbende Töterin durchgehend alles gibt. Ich fand sie schon immer super in allem, wo sie drin war, hier erreicht sie ein derartiges Level an so Kraft, dass ich ab einem bestimmten Punkt nicht mehr wegsehen konnte. Unterstützt wird sie von einer Inszenierung, die so kompromisslos und schlank daherkommt, als wäre sie mitten aus den Urtiefen der Action-80er wieder aufgetaucht, ultra-brutal über weite Strecken kaum erklärbährend und immer wieder und gegen Ende mehr und mehr von einer rohen, ungeschliffenen Herzlichkeit, deren Charme ich mich nicht entziehen konnte. Als ich den Film begann, erwartete ich einen üblichen Netflix-Holt-tolle-Leute-Um-Mit-Inen-Mediocre-Action-Zumachen-Film, stattdessen sah ich ein Werk, das wie eingangs beschrieben eine Menge hat, was man kritisieren könnte, aber so entschieden und unapologetisch seine Welt kreiert, daß es für mich auf Dauer unwiderstehlich war.